Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wie heißt das noch genau? Hexed Apokalypse. Hexed Apokalypse tut mir leid. So. Mit dabei ist natürlich wieder der Alex und der Dominik. Hallo. Hey na. So. Wir haben irgendwie keine Werner Bound. Lass. 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 L bei mir läuft was habt ihr bloß es ärgert mich ich kann sogar Bäume fällen also so sehr leckt das nicht okay mein Handy ist ausgegangen oh Kicker ist zweimal gestorben ich war gerade drin jetzt ist wieder tot Tja Kicker ist zweimal gestorben geht gut los ne will ich doch nur einholen oh mein Gott ist wahrscheinlich weil er einmal niedergelandet ist und ich musste wieder rauskommen weil wir da rein wie geht's also okay Leute ich werde meinerseits mal kurz einen kleinen Cut machen bis Minecraft wieder funktioniert es ist awesome ja und wieder mal ist er weg ja hier ist eine kleine Kugel die muss ich noch irgendwann aufhören gut ich schneide dann hier auch bis gleich Leute so und wenn wir wieder nachdem Minecraft wieder mal rumzicken musste nach mehrfachsten versuchen ich hatte es noch nicht doch macht jetzt habe ich diese roten Streifen wegen F9 so aber wenn ich bin drauf ja auch nicht mehr gelandet auch hier wird gelandet sowas und was ich machen ich bin ja also ich bin grad so irgendwie in der Verlockung man dann nicht zu machen das heilig auch Yolo wollen wir zusammen losgehen oder ja und du schlägst mich nicht okay mein Inventar geht einfach mal auf den Rucksack warte mal ich lebe kurz den Rucksack aus ähm naja es sind auf jeden Fall viele Materialien die hier im Besitzenden also ich muss auf jeden Fall sagen ich habe meinen Diamantschwert und mein das ist doch ein Giant Sword wenn du mal blocken musst ist blocken wichtig? das mach ich eigentlich nie ja mit dem Schwert schon mit dem Schwert negierst du den Schaden regelrecht Hilfe! hat Neger gesagt negieren nicht negern Jo wo ist los? ey Leute das ist doch voll rassistisch wessen ist das bitte stark pigmentierte eben? wir stark pigmentieren jetzt hier rum wie war das? political correctness? wir haben gar nichts mehr zu essen Leute doch ich hab ich hab ich hab Bloomberg die heilen aber nur einen halben Hunger bei also ich hab 13 Äpfel 8 Euro Fleisch ah Fleisch können wir braten 2 Hühnchen der fuck was wieso hab ich so viel essen? und verdottet das Fleisch in die Menge und also ich nehme an meckes oder kfc singen die haben wir hier nicht ach ja ich hab ich war ja im dungeon ich hab so viel essen ach ja stimmt da war ja was so viel essen ja genau ich hab ja schon eingesetzt Scheiben Scheibenreichen oh wir haben ja auch eine blau ach wir haben ja auch blau fern ok Red stell dich mal in den Arno Busch nein mach das nicht genau das Ding macht das Ding macht doch keinen Schaden nein mach das nicht und er haut sich das mal volle Kante rein ich hiel mich sogar hoch ja das ist wichtig das sieht aus wie so ein Stück Stahlwolle Leute ich bin ich mach nix ich mach nix ich hab dir das Gelettschwert gegeben nein komm los jetzt Dungeon-Tasten warte mal ich wollte nur noch einen Bogen machen hast du Essen? ich hab einen Bogen gemacht ich hab noch keine Pfeile ich hab genug Pfeile ich hab genug Pfeile also in Höhen standen auf den Berchtagarten noch ein paar Schafe jetzt ist es da nur noch fieses Ding ich hab Angst vor einem Blitz getroffen zu werden ich hab Angst vor einem Blitz getroffen zu werden ich hab Angst vor einem Blitz getroffen zu werden ähm Schweinefleisch wollte ich vielleicht essen oder so ich hab ein bisschen was zu essen ok ich hab 13 Äpfel und ein Steak so warte mal ich warte mal auf die Steaks Juga komm wir brauchen mal ein bisschen mehr Eisen wir haben irgendwie gar kein Eisen hier ich weiß nicht wie viel Eisen hab ich denn noch 1 also ich glaube da brauch ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Cobblestone weil ich glaub mit einer Wunden Big Eggs komm ich nicht mehr her was hab ich hier ich hab ich hab Stack nur Stack und 18 ich hab ich hab ich hab auch selber sogar 7 Stück mein Inventory ich hab 31 in meinem Inventory ich hab keine Inventory weil ich Inventar leer gemacht hab ich hab nur das Wichtigste mit 16 Pfeile meine beiden Schwerter und was zu essen was zu snacken so die 4 Steaks ich hab Cotton Seeds ja ich auch die können wir anpflanzen wir brauchen generell mal was zum ich hab ja egal wir legen jetzt alles zurück und erstmal jetzt so ich hab jetzt 2 Steaks das reicht die anderen beiden Blatt und das geht mal einfach los was kommt noch was kommt jetzt kommt bewegt euch mach mal keinen Stress hier ja so weiter geht es ja auch noch vorbei bevor wir überhaupt irgendwo hingegangen sind ja genau wie äh hat jemand die Uhr im Blick äh hab ich also wollen wir jollo jollo ne naja ich bin war das immer Schleichwärmung auch kurz ein Zombie der Flipper warte fach kriegst ein Zombie aber ein weiterer okay das sind äh Schaden zurückwerfen das ist einfach ab und das ist ein ähm n er hat sogar one up drauf das ist scheiße ach komm dann kommen wir gar nicht an ähm natürlich eigentlich achso das ist über HP die er einfach nur hat ja one up das heißt er hat noch ein Leben extra oder was ne der ist tot 2 ich habe hohe Luriten Boots was ich hab hohe Luriten Boots schusssicher 2 ja ich weiß auch nicht was das ist das klingt irgendwie wie das klingt wie eine Krankheit ich hab' gold damit was hast du naja ich sag mal so äh wie du einfach den Loot bekommst obwohl ich das meiste gemacht hab ey dreist ja du hast ihn das erste Mal gekillt im zweiten Mal war er ist ein tropp ich will den kaputten Tower wo ihr nichts mehr zu finden ist wo wir sagen es wollen die Dinger rattle Leute ist er grad voll an einem Dungeon vorbeigelaufen echt das ist ein Dungeon sieht zu aus das ist ein Dungeon es sieht sehr stark danach aus nein das ist einfach nur ein Loch im Boden wo wir nicht mehr rauskommen weil keiner eine Spitzhacke hat ich hab Spitzhacke ich hab auch eine Spitzhacke ich hab auch eine Spitzhacke ich nicht sie ist aus Holz sie ist effektiv ok jetzt noch mal Erde Leute chillig äh das ist einfach warum grad mich doch ja geil jetzt bin ich im Loch gelandet Boah ihr Spasten alter ich hab auch Alter seid behindert jetzt hör auf so behindert rumzuspringen sonst töt' ich dich was macht ihr denn da ja geh mal aus dem Weg ich baue mich raus warte was du warte lass mal lass mal lass mal ich hab ne Idee warte Junge spring doch nicht so zu meinem Gesicht rum warte warte nichts machen nichts machen ich hab ein verficktes ein Herz so so ah lass das Junge das ist Kacke warte Red genau ich befreie euch einfach mal aus eurer misslichen Podoli hier ja wenn Alex da hinterher springt dieser Spitz warte ein Loch muss doch weg du Nudel damit ah nein widerstehe den Fragen ich hab ein halbes Herz ich hab ein halbes Herz das kommt echt mega beschissen weg oh man Alex ey wie du einfach in mir drin stehst weißt du Boah Leute Kochkino bitte ich bin einfach nur weißt du und du auch anderthalb Hunger aber halt Alter was ist denn der rettete rettete Nut das Pelikan ich wäre dir bevor er war auch noch dein gefallen alter der wär voll genackst gewesen was fliegt da Pelikan Pelikan Schokobo das ist ein Schokobo aber scheiß vor Pelikan Elefanten Jo das ist ein Schokobo das ist ein Schokobo das ist ein Schiff hat jemand gesagt hey das ist ein Schiff Autoschiff nein nein Schiff ist zu stark das knürt mich an drum die was von Alter bei mir ne ähm die machen es bleibt Leute wo geht das ist ein Schiff oder gar nichts wir haben so viel Zeit ne Schiff nicht Schiff ist ein ein Haus ich gehe da einfach irgendwo hin ne das ist ein Elefanten ich dachte schon halt gemein mal meine Länder das ist ein bisschen hochstellen wir können so eine Slimeinsel super da auch nix voll die Scheiß wie jetzt hoch schnell bevor wir werden erwischt das ist ein das ist ein besonderes das ist ein der Kumpels ist ein du bist du ich bin du bist so du hast aber hier war irgendwo so ein krass Krasser Ficker und jetzt wird und wo alles zu tun hat mit dem Titel kommt hier egal dass ich halt allein mit dem Turm greift mir den ganzen Blut ab ich weiß ja gar nicht wo du bist hier sind wie der Raspberry oh ok der wurde noch nicht gemacht welcher Turm der mitten auf dem Berg oh geil 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 oh Alter das ist geil ich liebe Türme welcher Berg welcher Turm ja Alex also oh ist das mal so äh das ist schön wenn man Teamsplay macht und das Team scheiße ist was macht ihr denn wo bleibt ihr wo seid ihr denn ja ich hab dich kaloren aber sonst geht es gut hier sind außerdem voll viele Türme und es sind viele Berge so so man ok das ist ein ziemlich geiles also die Turm im Wasser oder wo ich hab ein Stone Shield ach den meint er den Turm aber ich hab richtig viele Sachen alter richtig geil das ist sowas von ein Einzelspieler ja Leute wenn ihr nicht hinterher kommt wir sagen die ganze Zeit wir haben keine Ahnung wo du bist weil wir nicht verloren haben und du sagst ja kommt doch hinterher ja ich besuchte den Preis nicht dass ihr mich verloren habt ich weiß die Welt gesagt habe ich passt ja wann Uhr er hat die Trommel ich hab dir gesagt ich habe gesagt ich habe keine Ahnung wo du bist einfach aufgrund zu stressen Mann so ein Spiel ja du bist du bist auch das Spiel nicht nicht so egal alles das war ja 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 okay gut gut ja dann wird allein ich komme tja das ist natürlich ähnlich ja schade ein rot wo sind der scheiße ok fackeln aufs Baumefurt geht doch das nicht das ist gut gut ich hab dir sind Gegner der mit waffen aus ansteck 0 2000 ich habe mehr 1 4 krasse Ficker Der zerfickt mich Nein, da kommt der Spinnnetz Nein, nein Nein, lass mich durch Hilfe, Hilfe Red, Hilfe Aber ich hab richtig viele Sachen, ey Das ist echt gut Nein, ich schlag dich an, Entschuldigung Kein Ding, kein Ding Ich hab nur eineinhalb Herzen verloren Oh, Fackeln, nimm Fackeln und mach die aus Ich hab keine Fackeln Nein, ich aber Nein, ich bin runtergefallen Oh nein Nein, nein Red What the fuck, einfach nur Wo bleibst du? Wir sind so viele Gegner Scheiße, ey Fuck, fuck, bau zu, bau zu, bau zu Wie du aufziehst, du bist total gespielt Du siehst aus wie Schaschnigg Töte die einfach Macht sie kalt Bau zu, bau zu, bau zu Ich lute die Kiste What the fuck Oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Hast du irgendwas zu bauen? Ja, ich hab, ich hab Ich hab Sie kommen die Treppe hin hoch Komm einfach her, komm einfach her, komm einfach her Komm einfach her Wir müssen hoch Oh mein Gott Alter Mann, dieses Scheiß Mausrad Mann, dieses Scheiß Mausrad Oh, so Geht's noch höher? Geht's hier weiter? Ich will weiter Ja, hoch Ah Ah Hast sie gerade leer gemacht? Ja, du kannst Leertaste und linksklickdrücken, dann ist alles leer Achso Denk mich mal kurz, denk mich mal kurz Denk mich mal ganz kurz Boom So, Tür zugemacht Oh, Gott ey Alter, schaffe meine Eltern manchmal Oh, du schlägst gerade überall weg, Alter Oh, ey Lass mich jetzt Lass mich jetzt Voll der XP-Fahrer hier Oh, Alter, wie viel Level hast du? Äh, 4 22 Läuft bei mir Nein, nein Oh, 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 oh Ich bin fast den Turm runtergefallen Ich bin fast, nein, 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 Hilfe, Hilfe Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da What the hell? Muha Ah Okay, ich fliehe, ich fliechte Nein, lass mich jetzt Nein, lass mich jetzt Bitte, lass mich durch Leute, wir werden sterben Ihr werdet alle sterben Ah Nein Ich will hier raus Ich will hier raus Na Oh, nein Oh, er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot Ich bin gestorben Er ist tot Er ist tot, er ist tot, warte Ich luchte die Kiste, ich luchte die Kiste Als halt so ein Ego-Spieler Bitte, rette mich durch, ich bin gestorben Oh, erst mal die Kiste Alter Nein Rettet mein Zeug, ich bin gestorben Oh, der ganze Turm ist ineinander gefallen Der ganze Turm zerstört sich von selbst Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Panik Eineinhalb Herzen, eineinhalb Herzen Nein, nein, nein Wie lange nehmen wir auf? Wie lange haben wir aufgenommen? Äh, sind jetzt bei... Na, 19 Minuten Ja gut, dann werden wir die Folge hier Oh man, das ist jetzt echt ärgerlich Ähm, Moment, warte mal, jetzt wo wir gerade verreckt sind und unser ganzes Zeug da im Turm Oh, die steckt gleich nochmal Tja, ich würde mal sagen Alles von der Monster Ja, ach nee, Alter, da liegt richtig viel von hier Oh man Ich würde es abholmen, wenn, äh, Mike spielt, dann war es das und werden die Sachen alle, die spawnen Ja Alter Äh, leise Jo Leute, sorry für dieses abrupte Ende Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen Wenn ja, dann lass einen Daumen hoch da Ähm, und ja Bis dann, ciao